Nur hört echt damit auf, auch nicht Rocher ist eben eine Nazi-Haltung. Auch nicht Rocher ist eben eine Nazi-Haltung. Das hat eben natürlich mit der Beiselkultur zu tun, der jüdischen Kunst und so weiter. Ja, und es ist eben so, dass das auch Fassade wird dadurch, durch Nichtrauch. Also der Kunstgenuss, ich gebe mir den Kunstgenuss, das ist natürlich Fassade und gegen die jüdische Kultur.